Aber das ist der erste Campground. Krass. Und das ist halt noch lange nicht alles. Oh la la. Ja, wir stehen jetzt hier wieder. So ein Mist. Nina, braucht ihr Hilfe? Dann bleibe ich hier, ja? Okay. Jetzt schneit es auch noch. Gut, gut. Ein bisschen, äh, okay, pimp. Pimp, auf Gas bleiben, auf Gas bleiben. Gas, 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 Gas. Good morning, ladies and gentlemen. Und willkommen zu einem neuen Video. Jo, willkommen in München. Ja, ich bin hier auf der ISPO, auf der Outdoor ISPO mit dem ID.Bus am Start. Heute ist tatsächlich der letzte Tag. Und ja, shame on me, ich habe euch gar nichts von der Messe gezeigt. Aber ganz ehrlich, für euch ist die Messe super uninteressant. Das ist eine B2B, eine Händlermesse. Das bedeutet, hier werden Ordern geschrieben, hier werden Sportklamotten verkauft und so weiter. Und Dometic ist natürlich auch als Aussteller mit dabei. Deswegen steht natürlich unser wunderschöner ID.Bus hier vor Ort. In dem Setup haben wir ihn aufgebaut, wie ihr ihn schon kennt. Aber wisst ihr, welches Fahrzeug auch hier steht? Natürlich mein Ducato. Und dem geht es eigentlich richtig gut. Wir sind am letzten Tag angekommen. Hier wird gerade abgebaut. Ja, und das, Leute, ist der Ducato. Brauchen wir mal Eis? Ja, wir hatten auf jeden Fall hier ein paar sehr erfolgreiche Tage. Ich hatte super coole Gespräche mit dem einen oder anderen von euch. Ist aber tatsächlich, wie gesagt, gar nicht so richtig meine Zielgruppe. Wir werden jetzt aber abbauen so langsam. Und morgen, morgen früh geht es für uns auf die diesjährige Abenteuer- und Allrad nach Bad Kissingen. Und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Ich bin hier in München alleine gewesen, also mit dem netten Dometic-Team natürlich. Der René war nicht dabei. Den René, den treffe ich morgen. Und ich glaube, der kommt mit den Pandas. Aber was das alles wird, seht ihr, wenn wir morgen nach Bad Kissingen fahren, dort aufschlagen. Und da nehmen wir euch natürlich wieder mit und zeigen euch die Abenteuer-Allrad 2023. In diesem Sinne, wenn ihr neu hier seid, lassen wir ein Abo da und bis später. Ach, übrigens, Freunde, was ich euch nochmal zeigen wollte im letzten Video oder einem letzten Videos, wo ich euch das neue Dachzelt von Dometic vorgestellt habe, kam die Frage auf, wie wird denn das Ding eigentlich zusammengebaut? Und ich dachte, das ist jetzt der perfekte, perfekte Moment, euch das mal zu zeigen. Wichtig ist, dass quasi hier dieses orangene Seilchen von rechts nach links gespannt wird. Wir hatten das da runtergefuddelt. So. Weil das ist am Ende wichtig dafür, dass das auch automatisch in die richtige Richtung fällt. Und dann hat man ja hier dieses Luftsystem, also dieses Ventil. Und das schraubt man einfach nur auf und dann fällt es zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das richtig zeigen kann, aber ich zeig's euch einfach mal. Ich versuch's mal so. Ja, das war eigentlich auch schon die große Kunst. Jetzt ist das zusammengefaltet und liegt eigentlich schon perfekt, damit man die erste Seite zusammenklappen kann. So, dann drückt man das so ein bisschen zusammen und den Rest machen wir mit der Leiter. Und das war's schon. Also ganz ehrlich, es ist wirklich super simpel. Und jetzt klappen wir die andere Seite ein. Natürlich müssen wir dann noch so ein paar Sachen zurecht zuppeln, aber das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Leiter reinschieben, Deckel drauf, toll. So, Freunde, willkommen in Bad Kissingen. Wo sind wir gerade? Also wir ist Nina. Nina ist von Frontrunner. Die habe ich aus München mitgenommen, weil kein Platz mehr war in den anderen Autos. Und ja, ich bin mal wieder an der Ladesäule. In Bad Kissingen direkt gibt's eine Ladesäule. Da wird jetzt nochmal vollgeladen. Wir sind hier mit 11 Kilometer restreich weiter angekommen. Also perfekt. Aber, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich laufe in die falsche Richtung. Wir stehen oberhalb von dem ersten Campground in Bad Kissingen. Und es ist todesviel Stau. Die ganzen Camper kommen hier angerollt. Eine kranke Kiste nach der anderen. Ich hoffe, dass ich euch das in diesem Video in irgendeiner Gelegenheit ein bisschen zeigen kann, den Vibe hier. Aber das ist der erste Campground. Krass. Und das ist halt noch lange nicht alles. Es ist wirklich noch lange nicht alles. Aber ja, da überall Stau. Da Stau sind die kompletten Fahrzeuge. Da geht's ins nächste Campground. Dahinter auf den Berg ist auch ein Campground. Und unsere Challenge ist es jetzt, den René zu finden. Der ist nämlich schon da und hat den einen von den zwei Pandas, die wir umgebaut haben, hierher gefahren heute Morgen. Nina, wollen wir mal da Richtung laufen? Einfach mal gucken. Wir haben jetzt eh noch ein bisschen Zeit. Ja. Haben wir nichts zu tun hier. Nein. Dann gucken wir jetzt einfach mal an. Mal schauen, ob wir den René gleich finden. Komm, ich helfe dir, René. Komm, komm, schnell, schnell. Ja. Hallo. Hallo. Na? Na? Wie weit geht's noch bergauf? Ja, das Dreifache nochmal. Ach, lecker. Ach, Quatsch. So viel ist es. Zügerli. Wie war's? Hast du die Pandas gut weggebracht? Ja. Ja. Wo stehen die? Da unten? Oder weiter rechts? Wo sie anfangen, berghoch zu gehen. Ah, okay. Da ist quasi dieser Fluss. Und da ist es chillig da, oder was? Ja, das ist halt auch Camp Area, ne? Schon ganz chillig. Ganz kurz, rate your drive from 1 till 10. Ach, Junge. Das ist die absolute Ausgeburt. Bist du schnellstens zu fahren? 80 wegen Anhänger. 100? Ja, ich musste irgendwann mal so ein LKW überholen. Das erzählen wir jetzt mal nicht. Ja, geil. Dann chillen wir jetzt erstmal uns zum Auto, laden da kurz. Komm mal. Und dann musst du vielleicht den nochmal abkärchern kurz. Ich? Ja. Deswegen haben wir noch Angestellte. Oder Nina? Na. Also, nee. Also, gar nicht. Ja, ich glaube, wir nehmen euch mal irgendwie einen Abend oder sowas mit hier runter, wenn wir von der Messe runterkommen. Weil, ich weiß auf jeden Fall, wir haben eher mal eine Standparty und wir haben einmal hier eine Camp Party mit Barbecue und so. Und ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Genau, nach dem Laden geht es dann hoch zur Messe und erstmal die Karre dahin schmeißen. Aber ich glaube, das wird ganz gut. Wir fahren jetzt auf die Messe. Messe. Hier schon mal die ersten Eindrücke für euch aus dem Camp. Mio. Mio. Guck mal, wie viele kranke Karren hier stehen. Das ist doch unfassbar krank. Das ist ja ein Sechsfamilienhaus. Also, hier hätten die Klimakleber auf jeden Fall was zu tun, ne? Schön an so'n Panzer geklebt. Ohlala. Das nächste spezielle Frontrunner-Fahrzeug ist am Start. Na? Nass geschwitzt. Ich sag mal so, Stau oder Fahrtwind ohne Klima. Die Temperatur. Na, Erik, ne? Dann langsam Richtung 100 Grad klettern. Ja, wir stehen jetzt hier wieder. So'n Mist. Aber guckt euch mal das an hier. Oh, schön. Also, Freunde, mittlerweile hab ich das Cake ausgeladen mit René. Ich war schon auch kurz drin und hab mal den Stand abgecheckt. Ja, wir sind auch kurz, kurz, wirklich ganz kurz vor der Messe. Ja, und dann müssen wir nur noch die 800 Kilometer auf der Messe im Stau schaffen. Ja. Dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Also, wirklich eine ganz easy Sache. Das Wetter ist gut und ja. Haben Sie irgendwas zu sagen noch? Ich hab Bock. Ja, hast Bock? Ja. Freust dich? Ja, schon. Freust dich auf unsere Followers? Ja, safe. Nice. Du? Auch. Auf eure Followers. Schön, ich freu mich auch auf euch. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Also, normalerweise gibt's hier Einweiser. Ich mach jetzt den Einweiser. Hallo. Der ist voll süß, ey. Servus. Alles gut? Na, bei dir? Oh, gut. Sehr gut. Komm, ich bin ja schon gestiegen und willkommen. Ja, ja, wir bringen Corona mit. Wow. Das wird ein Kao. The sunny side. Am besten ist mein Bestand. Wenn ich so toll verlaufe, weil wir müssen da hinzufügen. Alle Fahrzeuge stehen da vorne. Und du? Das sind einfach vorwärts rein. Toll auch, dass Nina das jetzt übernommen hat. Finde ich super. Hey, aber warte mal. Warte mal, warte mal. Das funktioniert vom Bus her theoretisch nicht. Es sei denn, er soll komplett zubleiben. Weil wir brauchen die Heckklappe und theoretisch brauchen wir auch die Seitentür. So, liebe Leute. Das ist unser diesjähriger Ausstellungsplatz. Der Alibas liegt natürlich hier wieder auf den Hackschnitzeln. Sieht super schön aus. Dachzelt ist aufgebaut. Heckküche ist am Start. Hier wird alles noch so ein bisschen weiter geplant und so. Und dieses Jahr, eine Neuheit auf dem Frontrunner-Stand, wird hier eine Eismaschine stehen. Das finden René und ich natürlich super, weil wir sind hier und da ist die Eismaschine. Ne? Spitzenklasse finden wir. Spitzenklasse. Ja, wir räumen jetzt hier nochmal so ein bisschen rum. Und ich glaube, dann machen wir Pause bzw. Break. Und dann sehen wir uns morgen, wenn hier der Messeeröffnungstag ist. René, wir freuen uns. Sounds like a plan. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Good morning, Freunde. So, wir sind wieder zurück. Heute Morgen ging es richtig früh los. Wir sind um 7 Uhr aufgestanden. Um 8 Uhr ging es los auf die Messe. Wir haben uns auch schon hier wieder aufgebaut. Ich habe jetzt hier zwei Kaffee gemacht. Die sind für Phil und Caro von The Sunny Side. Die sind nämlich übelst im Stress, haben einen eigenen Stand dieses Jahr. Und da fahre ich jetzt mal hin mit dem Cake. Wir werden denen jetzt mal Kaffee bringen. Willst du eigentlich mitkommen? Zu zweit mit Kaffee und GoPro? Ich glaube, das schaffen wir. Du nimmst die Kamera, ich nehme Kaffee und film und fahre. Vielleicht sollte ich einfach beides nehmen. Dann kannst du die Hände am Lenkrad haben. Aber vielleicht sollten wir draußen was machen. Schön. Du bist hier raus, wenn wir schweben. Junge, du bist Jesus und ich bin Moses. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Kräfchen. Ja, wussten wir natürlich nicht, dass ihr auch da seid. Ich fände mich mal kurz hier runter. Für die gestressten Watter. Vielen Dank. Ich habe noch hier zweimal Milch. Perfekt. Wir hatten Warnland ein wunderschönes Frühstück. Genießt ihn. Er ist der Einzige heute. Ja. Er ist der Einzige heute. Wenn hier die Crowd kommt, dann passiert hier nichts mehr. So, neben der Sunny Side gibt es den VW-Stand. Und natürlich gibt es hier auch Cycle. Letztes Jahr standen wir mit dem T6 hier. Und mittlerweile haben sich die Fahrzeuge ein bisschen verändert. T6-1, T7 und auch der neue ID.Bus. Und hier haben sie schon eine 30 mm Höherlegung eingebaut. Mit intensive Motorschutzplatten für den Motor und vorne natürlich auch. Und hier vorne gibt es einen neuen Amarok. Aber ich weiß auch nicht so genau, was hier passiert ist. Also man muss schon hingucken. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, wie euch der Amarok hier gefällt. Ich glaube, der ist mit Plastidip lackiert. Aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sieht das Ganze sehr rough aus. Aber ich finde den trotzdem geil, den Amarok. Also grundsätzlich finde ich den Amarok geil. Der hat auch schon eine Höherlegung von 50 mm. Guck mal, noch ein ID. Ja, kannst du sagen, was du willst, ne? Meiner ist trotzdem schöner. Ich bin schon gut. Jetzt habt ihr da eine Klimaanlage für draußen, damit es draußen nicht so warm ist, oder was? Ihr Klimawandel. Wir wirken entgegen. Ne, mega. Wild. Manuels Autos ist ziemlich geil. Wie läuft das Ding? Mit Strom? Mit Akku. Mit Akku, dann läuft es sechs, sieben Stunden. Und macht kalt. Du willst jetzt gerade nicht vom Muppet runtergehen. Ich merke nichts. Kannst du es mir bitte hertragen? Nein, Quatsch. Lass das Ding da stehen. Chillig. Das ist kalt. Ja, gerne. Das ist ja wild. Was kostet denn? Ja. Ah, cool. Okay. Es ist super, dass ihr euch vorbereitet habt. Ja. Auf diese Fragen, die ihr auf jeden Fall ankommen. Kalt. Ja, Freunde. Wunderbar hier auf der Mette. Das Zelt hat sich gefüllt. Ich weiß nicht. Nina, braucht ihr Hilfe? Dann bleibe ich hier, ja? Okay. Ja, ist bisschen schwierig gerade. Hier geht nämlich die Welt unter. Ja. Willst du in den Shampoo gehen? Ja. In den Shampoo? Ja, ja. Okay, danke. Ich guck mal nach dem hier. Ja, noch ist alles relativ hin. Ich glaub das ist noch gleich weg. Ich tu wenigstens mal was. Alles für den Content. Komm zu mir, hier regnet es nichts. Nee. Und du gehst jetzt, ne? Oh nein. Oh nein. Baum down. Jetzt schneit es auch noch. Pute Pute. I go, I go. Zero. So, guten Morgen, Freunde. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wir sind hier natürlich immer noch auf dem Messestand und es ist Tag 2 und ich bin eigentlich echt richtig im Arsch. Aber ich wollte euch eigentlich mal die Aussicht zeigen, weil hier ist richtig viel los auf dem Stand. Guck mal hier. Wow. Und wisst ihr, wer auch da ist? Der Luca. Ja, der Luca, den seht ihr eigentlich nicht so oft, weil der ja hinter der Kamera arbeitet beziehungsweise hinter dem Laptop und die Videos schneidet. Luca wird euch jetzt mal mit über die Messe nehmen und wird euch mal ein paar Eindrücke einfangen. Für Luca war es das oder ist es das erste Mal auf der Abenteuer Allrad. Für uns, wir sind ja schon quasi alte Hasen in dem Game. Wir kennen das ganze Jahr. Und ich glaube, er läuft da mit anderen Augen durch. Deswegen bin ich gespannt, was Luca jetzt einfängt. Luca. Viel Spaß. Mach mal den Übergang. Robert. That was. Kannst du uns an den 은eln. Ich würde dich dann wissen. mogą sich in Pau다고 machen. Gott, dass wir damit ja so'd man denn so oder so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Abgesoffen. Also ich hab ihn schnell ausgekriegt wollen. Richtig, aber jetzt den Stoffel nochmal zurückzunehmen. Ja, perfekt. Das war's. Gang bleibt draußen. Ja, ist geil. Ich glaub, wir brauchen eine LKW. Da geht auf früh oder lang kein Weg dran vorbei. Die verkaufen den da. Nimm den doch direkt mit. Kann's bei Peppolz sein. Marie, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Mal gucken, ob wir uns nochmal wiedersehen bezüglich dieser Geschichte. Aber erstmal müssen wir den Linienbus bauen. So, Tag 3. Nein, Tag 2 ist beendet. Wir sehen uns morgen bei Tag 3. 3. 3. Schönen guten Morgen und willkommen zu Tag 2. Nee, 3. Verdammt. Die Verwirrung ist verwirrt. Schönen guten Morgen und willkommen zu Tag 3. Hier auf der AA. Die Abenteuer Einrad. Aber Einrad mit A geschrieben. Einrad. Ja, guten Morgen. Wir hatten gestern Abend Camp Party. War gar nicht so spät, ne? War okay. War okay. Bei dir früher wie bei mir, aber... Ja, René hat natürlich wieder ein bisschen länger gearbeitet als ich. Ja. Aber das ist auch okay. Deiner muss ja hier noch ein bisschen länger arbeiten. Überstunden. Richtig, genau. Ja, wir gucken heute mal. Heute ist Samstag. Heute ist wahrscheinlich eher der vollste Tag. Ich geh mal davon aus. Wahrscheinlich, ja. Momentan ist noch die Ruhe vorm Sturm. Der Stand ist noch relativ leer. Wir haben kurz nach 10. Ja. Hier hoch. Hab dann hier oben festgestellt, scheiße, ich hab all die Bassschlüssel gar nicht dabei. Sprich, ich musste nochmal runterfahren und kam dann ein bisschen später hier an. Aber alles gut soweit. Die Stimmung ist gut, ne? Ja, mega. Wir haben hier auch Glück, weil wir relativ weit hinten auf der Messe sind, geht's hier erst später los. Genau. Wir können uns noch ein bisschen entspannen. Käffchen trinken. Ja. Und dann sind wir für euch da, Freunde. Also, kommt vorbei. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare hauen, ob ihr uns gesehen habt, ob ihr hier wart. Es waren schon ein paar, ne? Ja, es waren einige, die gesagt haben, hey, ich hab euch schon mal gesehen irgendwo. Der witzigste Spruch ist immer, hey, ich kenn euch, aber ihr kennt mich nicht. Ja. Den Spruch haben wir natürlich. Aber gut ist, wenn ihr uns wenigstens den Namen verratet. Ja, genau. Kommt auf uns zu und sagt, hey, ich bin's, der Moritz. Ja. Und die Gisela. Und der Günther. Und dann sagen wir, hey, ich bin's. Der René. Der Dominik. Okay, Freunde. Reicht. Wir gucken mal, was der Tag so bringt. Wir gucken mal. Ja. Wir schauen mal, was wird. Was wird. So, Freunde. Das war die Abenteuerallrad 2023. Wie ihr seht im Hintergrund, der Stand ist schon einigermaßen leergefegt. René, hast du irgendwas zu sagen? Es war mal wieder wundervoll. Es war mal wieder wundervoll. Hervorragend. Leute, vielen, vielen Dank an alle, die uns hier bei dem Stand von Frontrunner Dometic besucht haben. Vielen Dank an die vielen Komplimente zu unserem BAS-Projekt. Ja, und für uns geht's jetzt nach Hause. Wir fahren... Heim. Heim. Drei Tage später fahren wir nach Fehmarn. Und wir sehen uns auf dem Midsamer Bulli-Festival auf Fehmarn. Dort werden wir wieder mit ID-BAS und dem T6 am Start sein. Natürlich ist ja ein Bulli-Festival. Danach geht's nach Hannover aufs VW-Bus-Festival. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch... Ein bisschen anstrengend, aber geil. Ein paar spannende Wochen auf jeden Fall. Danke ans Frontrunner Team für alles, sag ich mal. War eine geile Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Machen wir. In dem Sinne. Tschüss. Mit Ö. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss mit euch. aż